hallo ich bin's der matthias jetzt könnt ihr sehen wie ich meine terraposa blondie füttere die teresa und schaut mal wie langsam sie sich an die rollstrecke anpirscht in aller ruhe sie hat keine eine sie wartet ab bis sie blitzschnell zuschlägt und zack das war's dann bringt sie ihre beute zurück in ihre höhle und saugt sie genüsslich aus vielen dank für zuschauen mein spruch wie immer see you later